Oh mein Gott, Master. Ich hatte einen sehr komischen Traum. Überall war Schnee. Jetzt ist überall Wasser. Ich weiß nicht, ob was besser ist. Also irgendwie, ich weiß nicht. Was machst du hier? Weiß nicht. Ich bin einfach hier. Ja, hi und willkommen, Leute. Übrigens. Mein Name ist Daniel Räupi. Und ich bin Mittel Mario Master. Wir begrüßen euch zu einem neuen Spontanprojekt, würde ich sagen. Wir sind hier gerade bei Raft. Raft. Und wir sind noch eine viel zu klein. Weil wir irgendwie nicht weiterkamen bei Fred und Brett. Und Fred und Fred. Und jetzt sind wir hier. Und wie wir hingekommen sind? Keine Ahnung. Ja, aber ey. Warum nicht? Ja. Ich habe auch Holz. Ich habe auch Holz. Gut, eine Planke habe ich. Du bist eine Planke. Ja, du auch. Ja. Ich habe meinen Haken fallen müssen. Ja, weil ich habe mir jetzt so spontan entschieden, weil wir beide Boxschlack hatten. Und irgendwie das hier so abläuft, ne? Weil ich... Äh... Was weißt du über dieses Spiel? Ich weiß, ähm... Im Grunde genommen, gar nichts über dieses Spiel. Okay. Ich habe hier noch wieder mal schon Leute gesehen, die hat gespielt haben. Das habe ich auch. Äh... Ich weiß, man ist auf dem Floß. Und man muss das Floß ja bauen. Man muss hier Sachen ranziehen mit dem Haken. Ja, das war die ganze Zeit. Ich frag mich halt nur, wie kann ich ja, wie kann ich wechseln? Ich spiele nämlich mit Tastatur. Du auch, ne? Ja, maus, maus, Tastatur, da kann sie Sachen. Aber bei Tab steht irgendwie was. Ah, okay. Mausrad, Mausrad. Bauer mal sei nützlich für Erweiterung deines Floßes, Plastikhaken, Steinachs, Angelrute. Meine Tab drückt das Ganze alles öffnen. Übrigens. Ja, ja. Einfaches, einfaches Bett. Nahrung, in der Taschstatur. Ich glaube, wir müssen aber erst mal... Wir sollten erst mal... erst mal ein paar Sachen hier einsammeln. Guck mal, da hinten ist eine Insel. Wir steuern... Da ganz hinten ist eine Insel. Wir steuern darauf los gerade. Oh. Da. Ja, ich sehe sie. Also ja, Leute, stellt keine Fragen. Das ist jetzt hier ein Ding. Das ist jetzt... Das ist jetzt unser Ding. Ja. Ding. Stellt keine Fragen. Wir stellen uns wahrscheinlich genauso scheiße an wie ein Brad and Fred. Nein, das glaube ich ja nicht so. Meinst nicht? Ich glaube, das Spiel ist sehr viel chilliger. Ich weiß, der Track Record auf meinem Kanal ist nicht so gut mit Survival-Spielen. Ja, wir haben ja schon mal Foyce gespielt. Ich habe in Vegas hier mal arg gespielt. Beide Sachen sind nicht so gut abgelaufen. Aber ich glaube, das Spiel ist sehr viel chilliger. Wenn du das sagst... Ich glaube, es ist jedenfalls... Ich kriege nichts gegriffen. Ihr seid so weit weg. Ja, ich brauche es sein für einen Bauarm. Aber ich glaube, damit tut man nämlich das Floß hier erweitern. Ich versuche hier, alles zu kriegen, was ich nicht... Und dann ist es so... Oh my God. Ja. Nimm das füßtig. Nein. Ah, Vorsicht. Oh, nein. Nein, 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 nein. 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 Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Pionier, okay. Ich baue Seile, dann könnte ich mir einen Bauarm herstellen. Dann kann man das Ding erweitern, glaube ich. Ja, bitte mach das mal. Ja, aber ich habe euch auf keine Seile. Hier warte mal ein Holzspeer. Da mache ich auch Seile. Ich brauche es für alles Seile. Warum brauchen wir für alles Seile? Dabei geht mal auf die Insel. Wir nähern uns gerade so schön in die Insel. Warte. Kann ich mir... Wir haben diesen Kanister da. Forschungstees, Plastik. Kartensteinachs, Bauhammer. Ich meine es nicht herrschte, ich baue Steine. Ja. So. Okay. Ich bin schon da. Ja. Ich will auch. Vorsicht, das ist ein Ei. Nein. So. Der Meist mit was nicht nid- und nagelfest ist. Ja. Blumen. Roter Samen. Das hat Ananas. Ja, damit. Ja, aber Blume. Da kann ich überhaupt alles hier schleppen mit. Ich möchte, wo wir geparkt haben. Na, unser Fluss. Na, unser Fluss. Nein. Bist du wahnsinnig? Nein. Da war unser Fluss. Aber der Hei. Auch mag der Hei. Kommt auf dich zu. Okay, ich bin da. Weil wir dir, hallo. Ah. Der Schonker, der hat den nicht steuern kann. Ich weiß jedenfalls nicht, wie es geht. Ich bin so was zum Sterben. Ach, bald. Klappt schon. Ich brauche Seilemann. Ich brauche auch Seilemann. Steine, Steine, brauche ich glaube ich auch irgendwie. So, aber ich habe ja sogar einen Momentar. Das heißt, ich bin so gut wie tot. Forschungstisch, alles. So, Seil, sehe ich da. Ah. Irgendwie habe ich mir. Ach, das stellst du mit diesen Blättern. Ja, okay. Ja, mit den Blättern? Ja, ja. Wo finde ich das? Ah, da sei. Ja. Let's go. Ich habe die Seile gemacht. Okay, dann. Okay, dann. Okay, dann. Mal jetzt mal ein Holzspiel. Oh mein Gott, ich kann ein Holzspiel machen. Wie durch das ein Fass. Gib mir ein Fass. Nein. Okay. Wo habe ich den Bauer mal jetzt? Mit Tee tut man. Ne, mit Tee geht nicht. Hier habe ich das Menü gerade gehört. Mit Tab. Ja, ja, auch da. Ich brauche, habe ich mir gar nicht im Bauchhammer hergestellt. Doch da. Also, ich kann es jetzt verteidigen. Also, ich habe jetzt. Ich habe das ein Holzspiel. Ach, komm mal hier. Let's go. Du kannst es los vergrößern. Ah, oh mein Gott. Nein, ich habe einen Speer weggeworfen. Das klingt nach ein großes Fall. Das war unsere einzige Verteidigung. Na, warte mal. Speer wurde er in den gefunden. Den habe ich hier in den habe ich mir gemacht. Da, Seile, Planke kann man nicht erstellen. Okay, ich habe einen Seil. Ich habe einen Plan, aber habe ich fehle. Ich brauche jetzt nur wieder Blätter. Da bin ich mir neu. Wenn man die rauszieht, dann, oh, genau da brauche ich. So, Blätter. Ja, das Ding kommt nicht so weit. Es kommt nicht so weit. Ach, shit. Okay. Wie soll man in dieser Situation gelandet? Wie kann man in so einer Situation landen? Wie, meinst du bitte mit der Tatsache, dass wir erst von eisigen Gebieten in die Kühle nasse geworfen werden? Überhaupt irgendwie schon. Ich weiß nicht. Es muss doch irgendwie eine Lore dazu gehen. Wisst ihr, es ist, schreibt es in die Kommentare. Aber ich kann mehrere Sachen anziehen. Bin ich darüber gehen. Ich bin denn. So, danke. Haha. So. Ja, ich brauche noch ein Seil, aber ich habe keine Blätter. Ich habe einen Seil. Ich höre irgendjemanden knabbern hier. Na, das ist der Hai. Hey. Wenn ich jetzt neu spätig hätte ich hier, ich hätte ihn aufspießen können. Warte mal, irgendwie habe ich gerade den Seil fallen gelassen. Hier. Hier ist ein Seil. Oh, Fax. Faxman. Ich muss nur gucken, wie man hat hier wieder. Wie kann man hier? Aber nein. So, jetzt habe ich mit 1. Es ist schon wieder zu wenig. Das war immer fast da hinten. Das ist mal viel drin, glaube ich. So, Planke. Hier war sogar ein Seil drin. Oh, geil. So. Da hinten ist auch ein Fassung. Ich tue mir mal einen Holzsperr herstellen. Ja, ich habe auch schon einen. Diesmal wäre ich nicht versehen, die auf te drücken um das abzuwerfen das ist das brauche ich es wird schon leicht dunkel blatt okay da sind diese dinge ist auch schon holz hergestellt ja nein ich habe noch keine gestellt oh mein gott und es wird dunkel mir ganz nämlich öfter benutzen sogar zwei seiler mit herstellen einfacher reiniger einfacher grill sein kann ein portion essen kochen verwendet bretter als brennstoff so manchmal mein sperr wieder finden würde ich nicht gerade ein hergestellt ich habe das fast eingesammelt ich brauche so planke du kannst objekte die direkt zu uns kommen auch direkt mit ehe einsammeln ja dann habe ich schon gemerkt hier diese dinger bauste ich brauchte diese dinger die können irgendwie so ausstattung ich habe eine ananas kann ich die essen f maus button das ist nichts gemacht okay so ja jetzt erstmal wieder wir haben ein schwere ich aus aber ohne ist ein fass nein ich gehe da hin kommt auch eins ich habe es war unser unser große unser groß unser groß unser floß größer gemacht ja ich glaube dabei ist eine insel wir steuern auf eine insel zu ich glaube das reicht erstmal so ein bisschen oh gott irgendwann stimmt nicht mit mir ich glaube so hunger oder irgendwie so hat nein oh mein gott mir ist kalt ich erfriere ganz irgendwie ein feuer oder so erstellen hier gibt es einfache grille und irgendwie so weiter war ich weiß nicht ein wurf anker kleine anbau vielleicht einige einfache grill das kann ich erstelle ich habe keine planke ich glaube ich glaube ich glaube ich erfriere so was ich werde als herrlich naja ich habe doch fast nicht so nein manche irgendwie besser ist nicht wasser aber für die einsam nee mal die insel da jetzt oder h entweder ich erfriere oder ich verdurste wieso ist bei dir irgendwas am blinken irgendwie so ja ja dass das wasser so das symbol ist ist bei mir am blinken dann nehme ich meine dass du hast so beginnt das mal was du weißt day one empfänger so meine haken sehe ich gerade genau was fast kaputt hier so stück fänger weg fänger weg wenn das nimm das aber ich habe den hai verscheucht hier sind viele planken so ich gehe mal zur insel gleich was hat denn hier jemand war da unter wasser da gibt es hier zum spielen überraschung schokolade wir sind ja ich bin noch da ich glaube ich werde ich werde eiskalt von dursten nur ganz richtig ich habe ich habe mir so eine tasse gemacht ja ja ob gott da ist dafür zu weit weg was ein paddel oder eigentlich irgendwie kann man sich mit paddel erstellen von mir erinnerst soweit weg ich kann nichts tun oh mein gott ich will sowas von sterben hier aber ich habe noch ja auch so ja meine hp gehen gerade runter ich werde sterben nein in diesem fast doch ich sterbe wollte ich habe eine andere ich sterbe nein ich kann nicht schneller schwimmen du schwimmst mir entweg der bringt mich um nein ich werde noch vor dir nein ich glaube ich habe mich hier in den letzten sokonomen pass auf mein gott warum schuld das ding von mir weg aufgeben und wieder blieben zwei drittel des inventars verlieren ja bist du tot ja 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 gut aufgeben ja gut ich bin wieder hier und ich habe meine ich habe meinen verloren nein ich auch okay aber haken kann man sich erstellen irgendwie plastik ja ich brauchte für kunststoff kunststoff wie sie dann aus kunststoff habe ich das sind diese ich habe einen kunststoff gerade gefunden das wie so klodeckel okay auch wir sind euch mal mit vollen ap und so wie sport wirft den gefächs wo wir merken was hier was ist das kunststoff ja hatte ich hab dir zwei kunststoff ja längst mit die flaschen sind kunststoff ja da bin ich dann die ganze angewandt nach gleich so jetzt geht es wieder los dann gucken wir mal was brauchen wir ja alles eine planke grill würde ich sagen könnten wir mal herstellen versuchen so seile planke ich baue planten keine portion aber erst müssen wir essen finden ich habe eine rohe rüber gefunden eine angelrote kann man sich erstellen auch mal sind zwei fässer war leute so einfach stoppt die fässer nach ich habe jetzt ja ein paar kartoffeln und kunststoff habe ich auch eine rüber gefunden das gewollte löge ja lüge 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 das gibt es nicht kann ich dich ja ich glaube bortreiber peinblatt jetzt let's go das auch kunststoff da ist kunststoff und das ist eine planke ist aber warum man denn nein ja dann weggefuttert ja da weg gesnackt ja ich hab kein kunststoff mehr du brauchst halt kunststoff und seit planken ich glaube so ein paddel wäre eigentlich nicht schlecht damit wir irgendwie so oder so ein anker wäre vielleicht nicht schlecht damit war ja aber da war steiner wo kriegt ein stein steinachs wird sich zum fällen von bäumen und entfernen von floß teil ja ich bin gerade so ein baum vorbeigelaufen aber da war irgendwie so ein axt symbol hol dir ein paar fische beschäftige den high und der angelrote kann man auch erstellen der viele da vorne waren der viele oh mein gott hier flippers bringt uns wieder ein soll ich für uns an land ja das sind wirklich viele insel dahinten insel war vorbereitet warte mal ich glaube in passen wo ich habe gefunden erst mal hole ich mir das fass ja ja da drin kunststoff palmer schrott planke und noch mehr schrott ich brauche einen kunststoff glaube das habe ich gerade gesagt was hat fallen lassen mal bitte sein ein anderes fluss wie kann man denn sachen fallen lassen du gehst bei tap dann gehst du bei dem momentan ziehst du einfach raus ich lasse mal drei kunststoff fallen sondern entsteht mir mal ein paddel man kann ich gleich ausstellen stein du kannst jetzt erstellen dann können wir uns jetzt machen aber ich kann steuern wird sogar steuern dann geh du an die insel sammeln alles einmal zu finden kannst und ich halte ich bald hat dinge in der nähe ich glaube es gibt auch irgendwie so die kann man irgendwie am fluss dran bauen und dann tun die automatischen die sachen einsammeln wenn man darüber schwimmt jetzt verstehe ich man braucht die leere tasse und dann noch den einfachen reiniger damit man überhaupt salzwasser trinken kann man muss das reinigen ja man muss das reinigen bekämen nicht einfach salzwasser wir nähern uns der insel nicht tut so ein schöner drin lassen mein gott die hälfte meiner von meinem paddel schon wieder kaputt gegangen glaube ich ich bin auch verdursten ich auch ich verdurste auch auch und ich kann mich so dermaßen langsam bewegen natürlich brauche ich dafür auch kunststoff warum ist hier nichts ich habe durst ich habe auch du hast ich habe ich habe so fucking durst ich auch das einzige war was hier gibt es sind blumen so wenn man brava war das wenig ich muss vor dagegen an kämpfen ich glaube so ein ankam irgendwie besser aber konnte ich bin ich ja schlecht brauchsteine man ein steine wo kriegen wir einen dieser steine ich nehme an wir müssen erstmal schön ganz viel ganz viele ressourcen ein soll ja ja ich habe ein stein ja ich habe ein stein mit diesem stein werde ich jetzt die welt beherrschen sowas in der art ich habe gerade irgendwo im fluss bin ich bin am verdursten ich ja auch ich bin lust auch und hunger habe ich ja auch die ganzen flaschen sie drinnen ich brauche die nein das wird das so gerade eine rohe rüber und eine rohe kartoffen ganz irgendwie eine vorwärts sterben dann soll ich vielleicht einigen die sachen irgendwie einlagern ich warte ich brauche kunststoff wer wenn ich kunststoff habe dann kann ich uns kann ich uns ein reiniger machen ich würde lieber erstmal so eine weg 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 wo ich habe gerade gesehen irgendwo kommt man sich eine kleine lager acht kunststoff ich habe insgesamt acht kunststoff ich auch für beides ich muss mir halt diese tasse erstellen an der warte halt die tasse habe ich ich brauche dreimal kunststoff hast du dreimal kunststoff ich habe gar keinen kunststoff ich wollte mal lager erstellen damit unsere sachen nicht wieder verlieren wir mal sterben ich brauche ich war noch zwei kunststoff scheiße ich verdurste ich versuche da irgendwas herzustellen bevor ich sterbe irgendwas herzustellen irgendwas bevor ich alles hier verliere irgendwas irgendwas lass mich das fast kriegen ich muss dieses fast kriegen nein ich vernehme die hälfte meiner sachen gleich nein irgendwas ich kann mir nichts herstellen habe ich irgendwas zu essen gar nicht habe ich zu essen ich habe weiße samen blaue blumen kann ich die blumen essen nein nein ich krieg da fast nicht ja wieso gleich am rechten wieder ja warte ok her man stellt sich jetzt gerade her so ähm ähm ok 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 ähm planke platzieren oh gott warte 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 ja war verdurst und von 2 kunststoffe na flanke platzieren ah genau jetzt kommen wir können jetzt das zeug hier nehmen auch gott ich glaube ich glaube wenn aber ich glaube aber wir werden los lager ich will der lage erstell ich brauche fünf kunststoff abgerissen ich kann nicht tragen oder finden finden im bett wir haben wir nicht okay aufgeben und wieder blieben okay ja aufgeben und wieder ich habe meinen hat noch aber den nacken habe ich auch noch war mein kunststoff also ein beiden aber ich habe ich habe ein speer verloren ja ich auch okay wir müssen erst mal sammeln hier wie blöde habe ich auch gefühl ja das ist schon wieder wir sagen einfach alles sein sein ist ein fluss siehst du da hinten in der ecke wo hinfliegen hinfliegen hin schwimmen in segeln na ja ich glaube da sollte man mal kurz hingehen gleich wenn ich die ganze sache vielleicht mal ein lager erstellen also kann ich einen wurf anker erstellen ich brauche ein seil ich brauche steine verdammt und ich brauche wieder folge kunststoff da ist eine flasche kunststoff da kann man nicht hin warte ich kann gleich ein paar wieder herstellen dann kommen wir dahin na ich mal ein kunststoff ich brauche ich brauche eine planke für kann ich mir nämlich ein neuer entwurf anker erstellen denn ich habe jetzt dass du nämlich mit salzwasser gefüllt und ich denke wenn es fertig ist ja ein paar planken da warte mal dass man eingehen hat los da muss doch irgendwas sein ich kann dahin jetzt warte 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 erst mal was hat denn was hat denn für eine kiste also dieser kiste da an haken ich habe keinen haken mehr nach was aber ich habe sie ja schon mal drin ich habe ich habe ich habe sie sie war da schon viel stolz das richtig ist doch drin aber dann gehen ein zu dem fluss gleich da muss da sein was eine kiste drin und kühlschrank ich sage jetzt aber der waschmaschine hat rechts da ist eine kiste drauf irgendwo links hat geht unter dass die kiste dann bolzenplanken ganz wie schrott drin ich habe ein paar planken für dich eingestellt eingelegt denke ich brauche was brauche ich ein plastikhaken wo ich konnte stoff kunststoff und eine planke ich habe gar nichts hier also schon sagt schon so so eine tasse nein ich glaube gar nichts ich muss ja alles jetzt hier bei hand einsam aber ich kann haken ja so wie gesagt ich verdurste jetzt zumindest nicht mehr wird du brauchst halt diese tasse damit du halt das salzwasser hier da rein tun kannst ich brauche so viel so brauchst du noch eine planke und dann kannst du daraus süß wasser machen kannst du trinken das ist wesentlich ich weiß man haken habe ich wieder was machen kann du brauchst du denn noch ich brauche eine planke und zwei kunststoff eine planke und zwei kunststoff okay naja ich lasse dir eine planke fallen kunststoff habe ich habe ich sogar auch da hier ich habe ich habe bei es fallen lassen das wollte ich nicht das ist meiner so wenn man übrigens der rechte maustaste was geklickt dann kann man eins auswählen ja ich kann mir das zeug sammeln gott sei dank kann ich ja gar nichts machen kann ich auch deine tasse trinken nein ist meine tasse also du willst du nicht machen wenn du nicht mein speichel drin haben doch leere tasse kunststoff vier stück bin ich ich tue jetzt einfach alles einsam was ich kriegen kann das ist eine gute idee vielleicht haben wir uns mal so ein lager erstellen damit wir helfen der sache nicht immer verlieren auf fässchen nein so ganz ruhig ganz ruhig müssen nur erstmal in rück muss hier finden habe ich sorg für es sieht nicht so aus die situation ist noch nicht hoffnungslos freunde müssen nur erstmal in rückwärts kommen ja ich sag mal hier schön flanken und kunststoff ein das wäre eine insel du hast ja ein schwer um den heil zu abzuwehren nein habe ich nicht ich habe den spiel verloren ich bin gleich am verdursten planke kommen ja du planke wie gesagt du kannst du kannst nicht mehr verdursten wenn du eine tasse hast das stimmt wie viel kunststoff brauchst du noch für die tasse und mich ich habe drei gerade ich brauche ich brauche ich brauche ich ja sagen da liegt gut stoff in den kunststoff macht die tasse ok muss ich ja einen schütten mit salzwasser füllen ja und dann musst du zu dem teil hingehen dass da rein tun und dann eine planke einsetzen dann musst du warten bis es fertig ist wissen dann kann sie die tasse mit süßwasser füllen dann kannst du es trinken dann musst du nicht verdursten ich habe eine rohe kartoffel gewonnen noch mal weiß man hat fertig ist das würde das wirst du gleich sehen auch so zu stellen man zu verdursten jetzt habe ich nämlich ich habe jetzt nämlich gerade ein anderes problem und nun jetzt kannst du nämlich da da hier rechts der tasse wehen und dann mit süßwasser füllen ich habe ja schon gerade reingepackt dann kannst du trinken aber ich muss die noch mal erfüllen ok nein da ist nichts zu essen drin ich habe ein dekorationspaket gefunden was euch der mit dem scheiß ich meine rohe kartoffel ich hab nichts zu essen ja jetzt wäre ich nicht verdursten sondern ich werde verhungern du hast mein letztes essen geklaut jetzt muss ich aber ich habe noch zwei planken dann kann ich ein grill erstellen super aber was nützt mir da hat nichts zu essen er macht eine andere oder so versucht man zu fischen oder so irgendjemand knabbert an unserem floß gerade mal navigation waffen holz speer ich muss ja erst mal werkzeuge ich habe keine sei ich habe nicht genug seile moment aber ich kann mir ich kann mir nur seine machen ok da hinten kommt ein fass zu uns geschwommen alles getroffen noch nicht da fast das ist ja hervorragend da kommen wir ein stück nein kommst jetzt ich habe eine angelroute ja und dann fisch wieder noch nie gefischt hast ich bin auch am von man übrigens ich darf dafür fast nicht noch so her ich habe keinen köder planke planke kunststoff war aber nicht so ein jackpot ich habe ja 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 warte hier weiter da dann grillen im grill platziert lange platzieren kann man die sachen nochmal um platzieren wenn man die einmal platziert hat das kann ich dir jetzt gar nicht sagen aber ich glaube wenn der fisch nicht gleich fertig wird sterbe ich weil ich verhungere fertig 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 flanke ich brauche da ist die dumme planke aber schon stein 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 so viel kunststoff hinten kommt her kommt so papa ich habe keine einzigen davon getroffen nein aber in vier kunststoff ich habe noch eingekriegt waren ja 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 okay das ist sehr gut ich muss auch wieder was trinken so langsam wie jetzt hast du schon habe ich schon was hast du dein wasser da rein getan schon ja 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 gut dann konnte auch ausnehmen mit ich habe meine bereits gerade mit dem wasser gefüllt dass dein wasser ist gehört hier so eine sekunde so hast du dein wasser rausgenommen ich konnte auch ausnehmen wenn du willst ne meins das ist nicht meins rausnehmen und dann genau trinken dann nehme ich da eben so jetzt bin ich am verhungern aber so ich habe jetzt mein anker gestellt oder auch nicht ich habe wieder kaputt gemacht sondern einmal an kann war na gut so wieder zuhören nämlich immer die falle habe ich bin anfang an ich verdurste habe ich meine api sich gerade ich war gleich tot um okay ich würde es nicht mehr ich bin tot nein 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 ich habe kein blitz ganz eins herstellen ich habe meinen haken noch kürzer dank da müssen wir mal irgendwie so eine lage erstellen damit wir unsere sachen nicht die ganze zeit oder einfach dafür sagen auch immer zu essen und zu bekommen ich werde ich angele ja schon weil sonst wird sich da nicht immer wieder wiederholen nein 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 direkt eiskalt wieder gebaut so wenn das und du kommst du her komm her da wir steuern wieder auf so einem fluss zu sich gerade muss unbedingt noch ein paar da rechts ist ein fall das ist sammeln planen sind hier genug ich gerade meine haken ist gleich wieder kaputt ja ich hab's brauchst du allerdings auch besser allerdings sind viele sachen da ich habe mein ding ja ich steuere auch so egal ist das hat er aber viel zeug sind da sind auch zeugs das auch fast noch das ist kaputt das soll ich so fassen hier und kippe aufnehmen war aber viel zeug sind ok super da auf das innere kommt soll ich dann damit ich habe eine menge sachen jetzt ich brauche einen haken sonst kann ich wieder nichts machen ich muss es auch fisch essen angelrote soll ich auch machen ok so ich habe jetzt auch eine rote rechter jetzt kannst du auch jetzt kannst du erstmal nach fischen fischen jagen noch kein kühler noch mal kein köler ne ich will ja ich denke mal mit mit ködern kommt man auf jeden fall besser voran dann aber ich habe jetzt zwei fische ich habe es noch einen fisch tatsächlich noch übrigen das funktioniert okay dann tue ich auch mal so ok wie funktioniert das überhaupt irgendwann erscheint link maustaste ich gemacht da ist nichts passiert da hast du wohl zu früh gedrückt vielleicht hast du den fischer doch vielleicht ist er in deinem inventar muss ich habe noch gezogen aber ich habe immer kommen okay das ist ein herzen doch bekommen kerzenflasche super hoher bunt barsch der ist ja roh ich muss ich muss erst mal was zu trinken machen oh man das fluss schwankt voll da mach mich grad ein bisschen wahnsinnig so na los na los na los na los na los na essen brauer braucht wesentlich länger ich bin ein großer mann ich habe sehr viel hunger doch noch mal ich bin ja du fass na 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 nicht vom fleisch okay ganz viel zeug soweit war erst mal okay wir schaffen uns jetzt hier so ein bisschen zu überleben ich werde so ich versuche erst mal größer naja beginnnerbilder entsaftet das mut ich kann nichts machen ich habe so waren so viele fester ein schwer das sagt man zum stein schwer habe ich gehe mit dem winkel von diesem blöden ding nicht hin ich habe alles halb voll meine güte ich war schon wieder man muss erst mal fisch machen okay man werde mich entschuldige ich muss mal eben dann finde ich auch ein bisschen ich dann mit aus ausrollen kann also bist du gerade weg oder nein okay so was hat ein winziger fisch dass man fisch in ruhe dann nehmen wir nicht gefangen habe okay unser leben ist schon so ein bisschen gesichert die halbe erst mal mit so einem so ein lager ihr kunststoff braucht fünf kunststoff dann kann ich so ein paar sachen ja ein lager lieber ich brauche ich brauche ein bisschen kunststoff ich brauche noch ein seil also schrott habe ich dann willst du im bauern das lager schrott dafür schrott habe ich sechs stück ich habe vier kunststoff dann muss noch vier auch noch mal noch mal kunststoff da habe ich mir erst mal die über krele und kommen oh mein gott aber ich habe nicht erreicht krieg hier so kunststoff wenn es schon wieder in der insel aber da kommen wir nicht hin na mehr kunststoff so okay ich muss jetzt erst mal nicht mehr verdursten noch nicht mehr vor also ich habe jetzt beides alt voll ja mein meins ist auch relativ hoch dann schon mal gesichert wenn überleben gesichert ist ist das super ja und kann mit leichtem lager erstellen da kann man schon mal irgendwie bevor wir feiten können wir unsere sachen da reinpacken aber ich glaube das ist jetzt nicht mehr so wahrscheinlich so ich packe mal ihren lager irgendwo hin benötigt gegen stellen zum lagern benötigt um gegen stellen zu lagern okay dati für ein sanftes drehen packen war sagt drei planken und ein seil da kommt noch ein fass auf mich zu let's go so sind noch acht plätze drinne war kerzenflasche dekorationspaket muss ich dann öffnen oder willst du hast ablage recherchiert was gelernt feuerholz bretter du hast gelernt lichterkette ich habe es gerade gelernt also für zeugs okay was bauen wir noch im bett wäre nicht schlecht glaube ich naja ich brauche dafür aber nägel und nägel habe ich nicht nägel konnte ich mir jetzt gerade herstellen ich weiß noch nicht wie ich habe ich habe jetzt insgesamt sechs wo braucht man den nägel schrott kann man zunehmen okay ich brauche noch einmal kunststoff dann kann ich mit betten machen wir machen so mache ein bett wenn ich habe ein bett gemacht was man als nächstes segel ich nehme an damit teilt man sich nicht denke mal da sind wir vielleicht mal ein holzsperr machen ja um einfach mal zu verändern dass der haie ganz hätte unsere planken hier wegfuttert ich brauche kunststoff warum braucht man so fucking ich habe ich kann mir sein sofa machen logischer übergang erstmal betten dann sofa gemütlich ist ich habe mal hier und nägel und polzen packe ich mal da rein bonk bonk beginner bilder ok ich sehe nichts ja auch nicht das ist so fucking dunkel man mal nicht an alle alle spieler müssen schlafen ich glaube wenn du auch stellst ich glaube dann können wir die ganze nacht skippen ja dann wollen wir uns mal im bett noch besser fester und er ist wunderschön nein nein ich habe schon wieder die falsche tassen weggebrochen ja mein hagen warum machst du weißt wochen und stoff habe ich wieder keine in dem ich einfach immer die falsche tassen drücke war und zwar und weiß warum weil ich ein idiot bin wort der mond wurde ich so wunderschöne das recht gehabt gott ich muss mal kurz vor sich mein brader da ich war auch so ein bisschen nicht mit dem feuer vogel vogel wo komme er denn den kann ich den auch ich kaputt mit meiner mein speer es hat den plastikkarten aufnehmen hier liegt einer hier liegt ein plastikarten wo wohl ich mein plastikarten liegt ja hier sind nicht ich sehe nicht da lag einfach also bei mir ist ist der ins wasser gefallen bei mir war nicht und das ist doch gut diese folge geht schon sehr lange ja ja wir sind bei 53 minuten ja ich würde würde dann gleich mal sagen wir werden dann gleich diese folge beenden gleich drei kunststoff dann kann ich mir ein bett herstellen da schon mal eins was aber erst mal ich muss aber erst mal was essen dann fisch der was ich habe zwei fische dann macht der weh ja mache ich jetzt auch und und durst habe ja auch noch weil er stimmt da immer irgendwas nicht ja ich bin sensibel ich bin sensibel da ich habe ein bettchen das bettchen lassen wir aber eben was trinken und was futtern man bevor wir schlafen weil ich verhungere und ich verdurste ich pack mal 1 gehen vor anderen seite so kann ich meine kartoffel augen wie platzieren dann gehe ich mal kartoffel kartoffeln komm her so stück steigen also jetzt läuft jetzt haben wir unser ökosystem ja erst mal hier als im griff sollte schon viel irgendwie funktioniert es ja jetzt okay da ist meine kartoffel fertig beginne gatherer mein gott warum kann ich meine also ich habe nicht genug tanken da drin er ist noch nicht fertig gekocht gehe gar nicht feuer 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 stein 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 los gehen wir meine kartoffel ich bin auf angaden na los na los schon die kartoffel da gibt die sonne auf hier kommt und ich habe ich habe schon wieder hunger so eine angenehme größe fässer zwei stück die krieg beide auf einmal pass auf schau dir mal nein da habe ich nicht war schon wieder rock dafür dann ohne ruhe rüber ist noch eine ruhe rüber mein gott mein gott warum ist der fisch so fucking klein kein monat trinken 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 ich habe das salzwasser ich habe das salzwasser getrunken mein gott mir abgezogen ich habe gerade süßwasser getrunken hat mir fast voll gemacht bin ich so gut wie leer wieder gibt es doch nicht das salzwasser entzieht deinem körper ja auch irgendwie irgendwie die nahrung oh gott oh gott oh gott gott ich baue muss ich jetzt etwas sterben warum hatte ich jetzt muss ich wieder angeln gehen ich muss angeln ich auch gleich vorgefallen gelassen reicht schon klappt dazu er zeigt hier unterm fluss jetzt ja ist es funktioniert wirklich ich habe einen hering gefangen ich habe sogar zwei heringen gefangen nur erstmal den hering platzieren sah wir daheim da auf was 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 wir brauchen wir zwei grille langsam unsere essenssituation ja schon mal im griff haben haben wir noch hier säge ich um neue gegenstände zu erforschen holz schwer tauch ausrüst glaubt da dein trinken ist fertig ja ich habe meinen zweiten griller gestellt ja kommt bitte bitte schnell dein trinken nehmen die verdurste nämlich ich noch so trotzdem das ist das mein hering und auch ich habe den glaube ich aus versehen hier vielleicht einfach droppen er hat hier einfach so wenn ich es ja auch ein hering darüber und kartoffel aber jetzt bin ich einfach mal gleich ich verdurste gleich ja ich bin fast voll mit durst zum glück ein bisschen aufgestockt dann erstmal gleich noch weit dann kann man unseren ersten schnitt machen immer so weiß mit meiner kartoffel und meine rübe eine von dem fälligen ich bin da verhungern mann macht ich habe dann gerade erst eingebaut so scheiße beide grills und belegt ja auch ganz ruhig aus dessen dem wenn du willst weil er war das ich tue ja nicht nur für mich kochen keine sorge was ist das da was ist das für ein riesiger berg nach vorne ja was ist das ist das mal so ein anker ich hoffe ich habe mir garten anker hergestellt aber irgendwie habe ich mir erledigt nein ich brauche sei so ein paar blätter ich habe 13 blätter wie viel bilder brauchst du ich brauche drei glaube ich weiß was gibt es aber vier hier da da legen sie kann ich muss ja umwandeln ich brauche noch ein paar glaube ich kann gerade nicht muss und muss so eine planke holt dann kann ich uns noch ein grill machen wir sollten uns glaube ich auch noch meine frisse das bloß wie sieht es aus sei vor banka dann würde ich mal kurz hier danke auswerfen wenn ich weiß wie es geht wenn wir schon mal in der nähe bleiben von dem dingen so ich habe ich habe uns noch mal ein reiniger hingestellt ich habe keine planke ich habe genug ich brauche jetzt die planken ich habe ja ich bin ich bin jetzt einfach mal so frei und claudia ja ich habe auch genommen so ich würde gerne auf die insel eingehen aber erst mal wissen wir ehrlich gesagt würde ich jetzt sehr gerne unseren schnitt ja ja gut dann habe ich euch gefällt diese dieses projekte also mir macht spaß also ja auch wenn man übrigen anfangen hatten aber da wird noch habe ich so gefühl das wird alles noch wird dann sage ich dankeschön für zuschauen entlasten leiten haben kommentar gut zeug ja und dann sehen wir uns in der nächsten fall dann können wir das so chance